Herzlich Willkommen bei PHS Palettenhandel Schlader, Ihrem Partner für professionelle Ladungsträger. Unser in zweiter Generation geführtes Familienunternehmen vertreibt seit über 20 Jahren Paletten und Kisten in allen Größen. Ob Europaletten, Industrie-, Düsseldorfer- oder Einwegpaletten, Standardpaletten sind stets für Sie bevorratet. Wir sind lizenzierter Reparaturbetrieb der Gütergemeinschaft ePAL e.V. und somit Ihr Partner für defekte Paletten. Aber auch Sondermaße sind bei uns willkommen. Gerne fertigen wir mit unserem qualifizierten Personal Paletten, die genau unter Ihr Produkt passen. Egal ob eine oder mehrere tausend. Durch unseren modernen Maschinenpark sind wir in der Lage, Sonderanfertigungen in kürzester Zeit bereitzustellen. Auf Wunsch natürlich auch als Exportpalette nach ISPM 15 Standard. Denn als vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW zertifizierter IPPC-Verpackungsmittelhersteller sind wir auch hier Ihr zuverlässiger Lieferant. Gerne erstellen wir auch für Sie ein individuelles Angebot. Kontaktieren Sie uns noch heute kostenfrei unter 0800 17 25 388 oder phs.schlader.de. Ihr Palettenhandel Schlader Kontaktieren Sie uns noch heute mal was? is